Sie geben natürlich richtig mal Feuer, um sich schon die Position zu sichern. Die Pro Cars ist halt dabei, Mücke mit dem Cabri, das ist ja schon richtig zu sein. Ja, dieser Cabri, das ist die erste Cabri von bis 1974 gebaut. Ja, dieser Cabri, das ist ja schon richtig zu sein.